Interessierst du dich für einen Wald? Möchtest du erfahren, was im Wald passiert und wer dort arbeitet? Komm an die Waldtage 2022, Hewilwetzi, komm und mach mit am Postenrundgang. Mit ein wenig Glück warten auch tolle Preise auf dich. Und wenn du Hunger oder Durst hast, sitz in die Festwirtschaft und probierst Försterwurst. Bis bald im Wald! Bis bald!